Das hier sind die beiden Taschenlampen PT18 und PT28 Auskeeper der Firma Bruneight. Die PT28 ist die etwas kleinere und handlichere Taschenlampe mit 1600 Lumen, die PT18 besitzt 2000 Lumen. Beide haben einen taktischen Ring. Der große Unterschied ist, dass die kleinere Lampe nur zwei Knöpfe besitzt und die größere Lampe, die PT18, drei Knöpfe. Der dritte Knopf ist für den Strobo-Effekt, dass der direkt einsetzt. Und von der Funktion der beiden Lampen, beide besitzen vier Stufen der Helligkeit und können auf Doppeltipp dann in den Strobo-Effekt bzw. in den SOS-Modus gehen. Jetzt gerade ist ja Sonnenuntergang und obwohl es noch sehr hell heraus ist, sieht man schon wie gut die leuchten. Wo empfehlen wir welche Lampe? Die kleine PT28 ist sehr handlich und natürlich für den Nahbereich sehr effektiv. Die PT18 empfehlen wir, wenn man mal auf ein bisschen längere Distanz etwas fokussieren möchte. Das war's von Bruneight. Da war's von Bruneight. Bis zum nächsten Mal.